Colin, hau rein, mach's nächste Liedchen. Vielen Dank an euch, es war mir ein Fest. Trinkt noch was, trifft neue Leute, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal, eure Kiki Kessler. Und die Heim ist uns egal, oder? Ja! Ich wollte dich nie wiedersehen, jetzt will ich gerade schlafen gehen. Da rufst du unerwartet bei mir an. Mein Kopf schlägt gleich ganz laut, halb. Lass doch nicht nachts dein Handy an. Doch da scheint schon mein Herz, ich muss zu dir. Und ich zieh mir schon beim Reden alles an, was dich verführt. Und hab den Duft, der dich heut Nacht verzauben will. Die Hölle morgen früh ist dir egal. Egal wie oft ich noch zu wohnen kann. Für eine Nacht mit dir allein im Himmel. Mit dir allein im Himmel. Sterb ich noch tausendmal. Die Hölle morgen früh ist dir egal. Und nur für eine Nacht mit dir allein im Himmel. Und nur für eine Nacht in deinen Armen. Nur mit dir zusammen ist alles mir egal. Hilfe das große Finale. Hilfe, hilf das Bett. Mit dir allein im Himmel, mit dir allein im Himmel, sterb' ich noch tausendmal. Die Halle morgen früh ist mir egal, wie oft ich davon halke siebenfall. Und nur für eine Nacht in deinen Armen, nur mit dir zusammen ist alles mir egal, ist alles mir egal. Dankeschön! Eins, zwei, drei Dankeschön an diese wunderbare Kiki Kessler! Dankeschön! Kiki, wo können wir dich denn als Musikgranate demnächst noch sehen? Naja, mit dem Sehen wird schwierig, weil ich bin ja zum größten Teil viel privat unterwegs. Ich mache Geburtstage, da komme ich gerne und singe. Hochzeiten habe ich ganz viele gemacht, war sehr schön, eine tolle Location. Ja, einige sind hier, aber wir wollen ja niemanden, nicht so weiter. Und ja, wie gesagt, mich kann man privat buchen. Ich habe sogar eine Homepage www.kiki-kessler.de. Ach nee! Stell dir mal vor! Das hat mir eine heutige Zeit! Als moderne verzauberte Schlagermaus habe ich sogar eine Facebook-Seite. Ach nee! Ja, vielen Dank! Und du trittst eher als Disco-Queen oder als Schlagersängerin auf? Also ich bin gerne im Schlagerbereich unterwegs und das ist so meine Welt. Und da kann man doch am besten Stimmung machen. Keiner kennt zwar die Lieder, alle CDs sind immer ausverkauft und es ist immer eine schöne Stimmung, wenn ich da auftauche. Macht immer Spaß! Und man merkt, den Leuten gefressen hier. Noch mal einen ganz tollen Applaus an Kiki Kessler! Dankeschön! Und wir haben noch was für dich, ein kleines Beutelchen! Wow, Dankeschön! Ein Tonbeutel! Können wir leider nicht machen, weil wir schon die nächsten Künstler haben, leider!